Hallo und herzlich willkommen zum Filmtipp der Woche und diesmal habe ich mir einen ganz speziellen Film ausgesucht und zwar von 1992 vom Meister Regisseur des Strangen, des Surrealismus und zwar David Lynch. Der Film heißt Twin Peaks Fire Walk With Me und das war der Spielfilm zu der damaligen gleichnamigen Serie, die 1989 bis 1991 im Fernsehen lief und das Fernsehen für immer verändert hat. Es war die erste fortlaufende Geschichte, eine Kriminalgeschichte, wo Special Agent Dale Cooper, gespielt von Kyle McCluckton, den Mordfall an Laura Palmer ermittelt und untersucht und ja in eine Kleinstadt kommt voller Geheimnisse, voller Abgründe und das ist der Film dazu. Der Film zeigt die letzten sieben Tage der Laura Palmer, was passiert ist, was die Umstände gewesen sind, was zu ihrem Tod führte und wie man es bei David Lynch erwartet. Es ist verstörend, erschreckend, sehr sexuell und eine Story, ein Märchen voller Gewalt, Sex und Drogen und die tiefsten Abgründe, die man sich nur vorstellen kann. Und in all dem eine großartige Leistung von einer Schauspielerin, die in der Serie nicht das zeigen konnte, was sie drauf hat, denn sie war zu der damaligen Zeit in dieser Serie in der Handlung ja schon längst gestorben. Und zwar Sherry Lee in der Rolle des der Laura Palmer. Und da fangen wir auch gleich mit den Schauspielern an. Ihre ganze Verzweiflung, ihre Angst, das sexuelle Erwachen, sage ich jetzt mal in ihrer Rolle, der Drohung, Missbrauch, die Liebe, die sie haben will, die Gefühle, die Emotionen und all das. Die Frau, die zwischen den Welten steht, die zwischen den Seiten steht, wo an beiden Armen gezogen wird, weil sie ein Spielball der höheren Mächte sind, der schwarzen und der weißen Hütte, gut und böse, Ying und Yang. Und wenn ihr jetzt überhaupt nicht versteht, was ich meine mit all diesem Hintergrund, dann ist das auch völlig logisch. Denn David Lynch-Filme kann man nicht zusammenfassen, was sie bilden, was sie bedeuten. Da Analysten und Psychologen versuchen David Lynch-Filme zu verstehen. Es sind wie Gemälde. Und jeder sieht ja in einem Gemälde irgendetwas anderes und kann sich das herausnehmen, was er sich herausnehmen will. Und so ist auch ein David-Lynch-Film. Jeder sieht das, was er sehen will und kann die Handlung selbst interpretieren. Und so ist es auch hier. Klar, bei Twin Peaks ist es schon ein bisschen strigenter, einfach weil auch zwei Staffeln, weil es zwei Staffeln existieren. Und später, 25 Jahre später, auch eine dritte Staffel, wo der Film sogar einen größeren und besserer Aufbau bietet, als die ersten beiden Staffeln. Das heißt, um die dritte Staffel zu verstehen, muss man sowieso den Film schauen. Um den Film zu verstehen, muss man durchaus die ersten zwei Staffeln gucken. Generell müsst ihr alles gucken. So oder so, kommt ihr nicht drumherum, sonst versteht ihr einfach gar nichts. Und es ist wirklich ein großartiger Film. Und hier werden halt die letzten sieben Tage gezeigt von Laura Palmer. Und sie muss einfach vieles durchstehen. Und für eine Schauspielerin ist das wahrscheinlich die größte Hürde ein David-Lynch-Film. Muss man einfach mal so sagen. Denn der verlangt wirklich sehr viel von seinen Schauspielerinnen. Auch wenn sie immer oder meist immer die Helden sind. Die Heldinnen in seiner Geschichte. Ja. Und für mich definitiv eine Oscar-Leistung gewesen. Und die Schreie, die diese Frau von sich gibt, die hört man auch noch lange, nachdem der Film aus ist. Kyle McCluck in der Rolle von Special Agent Dale Cooper kommt hier nicht so groß zum Einsatz. Sein Einsatz kommt ja erst in der Serie. Und die Serie spielt ja nach dem Film. Und deswegen sieht man ihn hier einfach nur in der Nebenrolle. Genauso wie David Bowie, ja, der Sänger. Chris Isaac, auch Sänger. Und Kiva Sutherland. Viele bekannte Namen, aber auch viele Jungstars von der damaligen Zeit. Und das, ja, generell das Setting haben sie einfach richtig gut und stimmungsvoll beladen. Der Vibe und der Flair von der Serie färbt er auf den Film ab. Klar, ist alles viel schöner noch. Es ist ja keine Fernsehproduktion. Für den Film hatten sie wahrscheinlich auch mehr Geld. Und er sieht halt einfach wirklich wie ein Film aus und nicht mehr wie die Serie. Aber trotzdem, gerade was so die Kulissen angeht, die Wälder, der Red Room, Roadhouse, das berühmte Diner, die Straßen und all das, was man von der Serie gesehen hat, sieht man auch hier wieder. Und das Kosmos oder der Kosmos wird hier einfach nochmal weiter ausgebaut, ja. Und deswegen fand ich den Film wirklich toll, auch wenn er damals verrissen wurde ohne Ende, weil er sich nicht mehr so anfühlt wie Twin Peaks, was für mich völliger Moks ist. Und weil man eigentlich ein Mädchen zwei Stunden lang zusehen muss, wie sehr sie leidet, wie was für Qualen sie allein muss und wie sehr sie gefoltert wird. Zwei Stunden lang, bis sie dann, ja, entscheidet, sich umzubringen oder sich töten zu lassen, wie auch immer. Interpretationswürdig, wie gesagt. Denn im Kern handelt es sich um eine Geschichte, um Misshandlungen innerhalb der Familie. Das ist sozusagen die Kernaussage. Das ist die Kernessenz von Twin Peaks. Drumherum gibt es halt die Kriminalgeschichte, in der Special Agent Dale Cooper das aufklären möchte, was zu ihrem Tod geführt hat. Und dann gibt es natürlich viele Abgründe, viele Geheimnisse, die sich dann auftun. Aber all das wird noch in einem großen Ganzen, in einem Extra-Universum gepackt von David Lynch, der seinen Surrealismus reinbringt, der seine typischen Merkmale einfach hier in ganz vielen Stilmitteln und Szenen und in einer großen Rahmenhandlung nochmal einsetzt. Und deswegen versteht man dann irgendwann gar nicht mehr, worum es geht, es hier eigentlich. Denn, wie gesagt, dahinter stehen halt noch höhere Mächte und höhere Wesen, die an Laura Palmer zehren, die sie in den Abgrund ziehen. Manche wiederum sind aber auf der guten Seite und die wollen sie halt weiter nach oben ziehen und nicht so sehr in den Abgrund. Welche Seite gewinnt nun? Und dieser Kampf, dieser Krieg geht noch weiter. Damals wusste man noch nicht, dass es sich um einen Krieg handelt. Das checkt man dann erst in der dritten Staffel, 25 Jahre nach dem, was dort passiert ist. Und wie David Lynch das wirklich geplant hat oder wie er das alles so inszeniert hat, dass alles so schön zusammenpasst, so surreal es auch ist, so unlogisch und unrealistisch, zum Teil so realistisch ist es und so gruselig und die Horrorelemente. Generell finde ich, ist Twin Peaks einer der größten Horrorserien oder Filme, die man sich so vorstellen kann, weil sie doch so nah sind und sogar vor der Haustür passieren können. Und selbst wenn man sich die Welten anguckt bezüglich der schwarzen und der weißen Hütte, das kann man alles irgendwo irgendwie nachlesen aus verschiedenen Kulturen und wie er das hier interpretiert, wie er das inszeniert, auch mit den Schauspielern, mit dem ganzen Look, mit dem ganzen Design, Raumgestaltung, egal was. Es ist so morbide, so skurril, so verstörend und erschreckend. Es ist eine unglaubliche Horrorgeschichte, kann man sagen. Ja, denn es ist so strange mit all den Abgründen und ja, wie gesagt, es geht um Misshandlungen aber letztendlich und daraus halt eine Kriminalgeschichte. Wenn man es herunterbricht, dann ist es halt nur das und alles drumherum ist dann der Einfluss von David Lynch, der ja eigentlich auch Künstler ist, der Maler ist und das sieht man auch in jedem seiner Filme und das ist wie ein Puzzleteil, was man sich zusammensetzen muss und zehn, die wirklich ein ins Gedächtnis brennen, die einen tiefen Schlag in die Magengrube, ja, ist wirklich. Und hinter jeder Fassade, hinter jedem weißen Zaun, hinter jeder Tür steckt irgendein Geheimnis hinter den Wäldern oder irgendetwas Böses, Abscheuliches, sehr Düsteres ist immer da, sozusagen. Und das widerspiegelt auch die Musik, das widerspiegelt auch die Kamera. Kamera wirklich wunderschön, die Kulissen rein optisch. Oftmals ist der Film auch sehr hell, aber alles ist so atmosphärisch und intensiv. Sogar die Lichter an der Ampel, ob es nun rot leuchtet oder grün, das hat immer eine tiefe Bedeutung. Rot zum Beispiel, oh, Warnung, so ein Warnsignal, irgendetwas Schlimmes passiert gerade, grün, es ist alles gut. Also achtet auf jedes Detail und ich kann hier eigentlich gar nicht mehr sagen, denn alles wäre ein Spoiler und ich könnte gar nicht mal so viel spoilern, denn wie gesagt, es handelt sich um einen David Lynch-Film und da muss jeder sehen, was er da selbst sieht und für sich interpretieren. Das hat alles definitiv Sinn und Verstand. Es ist jetzt kein, okay, 10 um 10 um 10 um 10, nein, alles baut aufeinander auf und die Antworten sind alle da, der Zuschauer muss sie nur finden. Und selbst wenn 30 Prozent davon unlogisch erscheint, sind dann doch die 70 Prozent die Kerngeschichte, worum es geht und darauf sollte man sich konzentrieren. Aber eigentlich ist keine Szene unlogisch oder sinnlos. Und klar, es gibt viele Auffänger, viele kleine Geschichten innerhalb dieser großen Geschichte. Das war schon in der Serie so, aber der Film fokussiert sich natürlich hauptsächlich wirklich auf Laura Palmer und wie ich finde, großartig, keine Angst, warum wir damals so verteufelt wurde. Zum Glück hat er eine neue Reputation erfahren, auch durch zusätzliche Szenen. Gerade in den letzten zehn Jahren ist er dann doch einer der besten Filme gewesen von David Lynch vielleicht sogar für mich allemal und deswegen empfehle ich euch diesen Film wirklich nicht für jedermann, denn wenn ihr Quentin Tarantino mögt, der ja das andere Extrem darstellt in Sachen Inszenierung und zehn lange, lange verharren lassen, viele Dialoge, dann ist David Lynch nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß, wenn man das überhaupt so sagen kann. Sehr atmosphärisch, sehr intensiv und sehr ungemütlich. Ein unangenehmer Film, den ich aber euch herzlichst empfehlen möchte und deswegen gebe ich diesem Film 4,5 Sterne, einer von David Lynch's besten Werken. Und das sagt eigentlich schon viel aus, denn dieser Mann hat nur großartige Filme abgeliefert in seiner Karriere und damit verabschiede ich mich und sage Bye Bye.